Coca-Cola feiert gerade doppelt Geburtstag. Seit 125 Jahren wird das braune Blöderliwasser in über 200 Ländern auf der ganzen Welt getrunken. Und seit 75 Jahren sprudelt Coca-Cola auch in den Schweizer Mühlen. Zum Jubiläum schenkt sich Coca-Cola ein eigenes Museum. Möglich ist das dank der Sammlung eines der grössten Coca-Fans, dem Zürcher Hans Frischknecht. Martina Kähli und Sebastian Rieder tauchen mit ihm ab in seine Schatzkammer. Seine Welt ist Coca-Cola. Und ab heute teilt er seine Privatsammlung mit allen anderen. Hans Frischknecht schenkt Zürich das erste Cocimuseum. Meine Tochter hat mich hier angesteckt. Sie hat vor 22 Jahren angefangen zu sammeln, hat dann aber nach fünf Jahren aufgehört. Und ich war so begeistert von diesen Artikeln, weil sie so vielfältig sind, dass ich dann selber angefangen habe zu sammeln. Das sind die Sessel, die aus den 50er Jahren sind. Der hat einen Sammler von Amerika importiert. Und ich hatte die Möglichkeit, die jetzt zu kaufen. Das waren alle die Kühler, die man umgebaut hat, zu einer Läderpolstergruppe. Für seine Trauweien aus dem Coca-Cola-Universum hat Hans Frischknecht schon ein halbes Vermögen ausgegeben. Wie viel genau, wird der 62-jährige Kantonspolizist nicht verhalten. Einzelne Bichos hat der Cockey-Liebhaber aber schon für über 1'000 Franken ersteigert. Mit dem 125-Jahr-Jubiläum von Coca-Cola hat Hans Frischknecht endlich mal die grosse Chance, seine Schätze aus aller Welt der grossen Öffentlichkeit zu präsentieren. Und es geht dabei auch um ein Erfolgsgeheimnis von Coca-Cola auf den Grund. Wie sieht es denn aus mit der Rezeptur? Kennen Sie diese? Selbstverständlich. Ich trinke sie fast jeden Tag. Aber jetzt im Ernst? Die eigentliche Coca-Cola-Rezeptur kennen Sie auch nicht? Nein, sicher nicht. Das ist schön eingeschlossen. Nichts go better with Coca-Cola, things go better with Coca-Cola. Nebst dem Geheimrezept hat Coca-Cola den weltweiten Raum vor allem, der Werbung zu verdanken. Der grösste Star unter den Cockey-Figuren ist sicher Santa Claus, der alle Jahre zu Weihnachtszeit über den Bildschirm flimmert. Coca-Cola ist natürlich rot-weiss, das kennen wir in der ganzen Welt rot-weiss. Und das ist natürlich Santa Claus präsentiert genau das. So auch Hans Frischknecht, der sich von seiner Traumwelt nur sehr schwer trainieren kann. Wer auch mal in die Welt von Coca-Cola abtauchen will, dann muss es pressieren. Denn das temporäre Museum hier am Bleichenweg ist nur noch bis zum 14. Mai offen. Für Tele Zürich, Sebastian Rieder.